Hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Mit dabei ist der Alpha Wolf. Hi. Hi. Okay, und wie ihr unschwer im Hintergrund sehen könnt, geht es ums Phantasialand. Und zwar um das Fantreffen, das ich schon angekündigt hatte. Jetzt geht es um den genauen Termin. Also, das Fantreffen wird am, Moment, der Kalender nochmal, der 17. August wird es sein. Und zwar um 10 Uhr am Eingang, Moment, äh, ähm, bei diesem Karussell war es jetzt. Wo haben wir denn den Plan von, auf dieser Seite? Ich bin hier so selten drauf. Kannst du mir sagen, wo hier... Loll, warum lädt er bei mir die Seiten nicht? Der lädt bei mir die Seiten nicht. Ich gehe sofort wieder auf die Fantasialandseite. Weiter, also, ja, und... So, okay. Der lädt. Okay, Audio ist noch aus, okay. Parkplan, okay, ja gut, den Parkplan habe ich jetzt. Ähm, wir würden uns hier treffen, bei diesem großen Karussell. Beim Pferdekarussell, also... Vielleicht auch direkt hier am Haupteingang. Weil, wenn es genügend Leute sind, in Klammern 15 Leute, dann können wir insgesamt billiger rein. Das wäre dann vorteilhafter. Aber ansonsten treffen wir uns dann hier drin beim Pferdekarussell. Ich würde auf jeden Fall noch draußen warten. So ungefähr bis 10.30 Uhr. Sollte auch okay sein, Daniel, oder? Jo. Gut. Und ansonsten, für die Leute, die meinen, sie müssen schon irgendwie um 9 Uhr da sein und schon drinnen warten, die treffen wir dann eben am Pferdekarussell. Pferdekarussell, warum auch immer jemand so früh da sein sollte. Okay. Ähm, wie schon jetzt gesagt, am 17. August, also einem Sonntag, um 10 Uhr am Eingang des Phantasialandes. Und dann werden wir uns einen schönen Tag machen. Ach ja, ähm, bitte bringt euch selbst was zu essen und zu trinken mit, weil ich hab nicht vor, großartig Pausen in diesen Restaurants da zu machen, weil ich finde, dass das Essen in solchen Parks immer maßlos überteuert ist. Okay. Und zum Thema, ähm, Aufsicht. Über Minderjährige. Muss ich übernehmen. Ich hoffe, eure Eltern sind im Zweifel damit einverstanden, dass ich dann auf euch aufpassen darf. Im Grunde seid ihr dann mit zwei, Moment, ja, mit zwei 18-Jährigen da, oder? Ja. Ja. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob dein Geburtstag jetzt doch schon war. Entschuldigung. Ist bescheuert. Mir fällt gerade wieder ein. War ja schon. Alter, du warst bei mir in der Disco. Eben. Eben. Deshalb ist es mir ja gerade wieder eingefallen. Okay. Auf jeden Fall, es sind zwei Erwachsene dabei. Was? Vielleicht hab ich bis dahin sogar Autofahrscheinlich. Nerd, nerd. Okay, ähm, wenn eure Eltern das für nötig halten, dann könnt ihr auch ein Schreiben mitbringen, dass wir für diese Zeit dann eben für euch zuständig sind. Aber eben nur im Zweifel, falls es sein muss. Okay. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann am 17. Um 10 Uhr am Eingang des Phantasialands oder am Karussell. Bis dann. Ciao. August. Nicht diesen Monat. August. Nicht diesen Monat. Ja, August. Nächsten Monat. Ciao. Ja, was weiß ich.